ladies and gentlemen servus und herzlich willkommen zu einem neuen review hier bei kirmes aktuell und ja passend zur oktober und zur halloween zeit kurz vor halloween gibt es heute mal wieder ein review zu einer geisterbahn für euch und zwar zur geisterbahn haunted castle diese geisterbahn befindet sich derzeit im besitz des haustellers lütschens aus den niederlanden und hergestellt ist die geisterbahn allerdings in italien von der firma babysan das handelt sich bei dieser geisterbahn um den typ power zwei etagen geisterbahn und die bahn wurde 1990 gebaut also hat schon ein paar jährchen wieder auf dem buckel zu den maßen die bahn hat eine breite von 24 metern eine tiefe von zehn metern und eine höhe von elf metern sie benötigt einen anschluss von 40 kw hat eine kapazität von 20 personen in fünf doppelwagen vorbesitzer gab es bei dieser geisterbahn aufgrund des alters auch bis 2007 war das die familie lazzari aus italien also von 1990 bis 2007 da wo das ding auch gebaut wurde erstmal in italien unterwegs gewesen von 2008 bis 2013 land unter rico rasch und söhne aus lunden und unter drasch hieß die geisterbahn vorher auch phantasmagor was für ein name so ist die geisterbahn vorher und ja jetzt dann erst seit 2013 2014 daneben unter lütschens unterwegs primäre hat in deutschland zumindest die geisterbahn in heide auf dem frühjahrsmarkt 2008 gefeiert so das soll erstmal vorneweg jetzt die ganzen groben daten und fakten zu dieser anlage gewesen sein und dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal als nächstes den punkt optik an ja optisch ist diese geisterbahn ein paradebeispiel wurde äußerliche look dem namen alle erde macht denn kasel heißt so deutsch nichts anderes wie schloss und so ist die grundoptik der bahn ein schloss angelehnt gemauerte fassaden optik zerbröckelter turm und vieles mehr bilden so diesen grundstein und die grund thematik darauf befinden sich dann noch weitere dekoelemente wie diverse fenster die so ein bisschen eben auch spooky angehaucht sind eine uhr gibt es auch ähnlich wie es auch bei der geisterbahn spuk ist und der schriftzug der befindet sich in der mitte und wird noch mit zwei so toten schädeln zwischen den wörtern haunted und kasel geziert relativ groß das ganze ja natürlich gibt es auch schon außen den ein oder anderen animatronics zu sehen also es passiert auch bewegend natürlich was das ist aber ja mittlerweile eigentlich ja fast schon nichts mehr erwähnenswert ist weil das doch eigentlich standard ist bei geisterbahnen dass du auch schon außen echt sehr sehr coole und ansprechende animatronics verbaut hast eine große besonderheit bei dieser geisterbahn ist dass man sowohl vor als auch nach der fahrt einen laufparcours durchläuft das ist auf jeden fall schon etwas besonderes das haben zumindest geisterbahnen nicht allzu viele zu erwähnen ist auch dass die geisterbahn bereits modern ausgestattet ist mit flammenwerfern auch das mittlerweile ja auch bei vielen vielen kirmesattraktionen standard geworden und gerade hier bei so einer geisterbahn macht das natürlich abends im dunkeln sind denn flammenwerfer dass du vom weiten her natürlich auch schon mal die augen der besucher auf sich ziehen so viel jetzt erst einmal zur optik und dann schauen wir uns jetzt doch mal die fahrt beziehungsweise die fahrt und den ja doch kleinen walkthrough sogar los geht es nachdem man sein ticket für sechs euro gelöst hat erstmal mit einem kleinen laufparcours das beinhaltet zwar in erster linie so diese klassischen funhouse elemente aber das ganze bekommt auch so ein bisschen geisterbahn flair man läuft hier zum beispiel über so ein skelett drüber was abends auch cool beleuchtet ist der parkour bietet gleichzeitig auch platz zum warten falls etwas mehr los ist also man sieht hier noch so ein kleines tick zack bevor es dann zu den wägen geht das heißt hier ist auf jeden fall trotzdem auch eine warteschlange integriert wenn man dann in seinem wagen platz genommen hat startet die fahrt mit einem kurvigen lift nach oben hier gibt es auch schon den ersten ganz coolen animatronic der so von der decke hängt im inneren angekommen ist es dann erstmal ziemlich dunkel und man wird von weiteren animatronics erschreckt bevor es dann auf den relativ langen außenbalkon geht hier hat man dann wieder eine ganz coole aussicht über den festplatz in dem fall jetzt hier über regensburg und im inneren geht es dann erstmal wieder abwärts allerdings ziemlich langsam muss man dazu sagen also sogar langsamer als man auf ebener strecke fährt nach unten bedeutet hier wird irgendwie auch mit einer bremstechnik gearbeitet damit man eben nicht zu schnell darunter raus ist ganz interessant so mal als fun fact nebenbei unten angekommen passiert dann wie bei den meisten geisterbahnen ja da geht es dann so richtig los also da ist dann richtig echt angesagt hier gibt es dann in dem fall ein animatronic nach dem anderen zum teil auch wirklich sehr sehr gute erschreckende animatronics also wirklich nicht schlecht und auch ein live akteur war hier bei der fahrt mit dabei seht ihr jetzt hier gegen ende hin dann auch auf jeden fall ganz cool vielleicht doch auch hier noch mal ein kleiner fun fact man fährt am ende dann hier noch mal so eine kurve außen rum witzigerweise um den lkw also um die zugmaschine drumherum die ist wirklich mit eingebaut in die geisterbahn sieht man so auch nicht alle tage das ist eigentlich echt also fand ich sehr faszinierend in dem moment dann als ich daran vorbeigefahren bin aber plötzlich an lkw scheiben klar könnte man jetzt wieder darüber streiten passt jetzt natürlich dann thematisch nicht ganz so hätte man schön thematisieren können aber irgendwie ist es dann doch ganz witzig so als als kirmes fan ja und dann ist die fahrt an sich auch schon zu ende man hat jetzt dann hier noch mal so einen kleinen laufparcours mit vielen klassikern aber auch hier noch mal einem cool thematisierten klavier mit so einem skelett ist auch ganz cool kann man auch von außen schon sehr sehr gut sehen da ist auch so ein spiegel mit dran wo man sich selbst und spiegelt also das ist wirklich auch ganz cool gemacht hier gibt es auch noch mal so ein luftdruck düse in diesem laufparcours wo man dann auch noch mal erschreckt wird das ist auch eine ganz coole geschichte ja und dann ist die fahrt beziehungsweise fahrt und walkthrough auch schon zu ende kommen wir doch mal auf zu einem kleinen fazit ja die geisterbahn haunted castle ist optisch von außen sehr stimmig der name passt hier auf jeden fall sehr sehr gut zur thematisierung gefällt mir immer ganz gut in meinem grunde ist es nichts anderes wie zu deutsch das geisterschloss wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt aber ich finde das schon wirklich ganz cool thematisiert und auch den name oder das ganze ins englische zu bringen haunted castle finde ich irgendwie cool weil so wirkt es einfach noch mal ein bisschen anders sage ich mal als jetzt das fünfte geisterschloss unterwegs wäre die fahrt selbst insgesamt auch solide würde ich sagen also ist jetzt nicht die top geisterbahn aber auf jeden fall auch keine der schlechtesten also die geisterbahn würde ich sagen tut sich so irgendwo im mittelfeld einordnen klar muss man dazu sagen der fahrpreis von 6 euro ist schon stolz aber man hat ja hier als extra eben davor und danach noch diesen laufparcours ich vermute mal dass das da irgendwo so ein bisschen die preisfindung auch mit rein spielt und man muss natürlich auch dazu sagen dass durch diesen laufparcours das gesamterlebnis schon noch mal etwas größer wirkt und länger wirkt so dass dann eigentlich das gesamterlebnis für 6 euro finde ich sogar wirklich noch okay ist insgesamt kann man das haunted castle finde ich auf jeden fall weiter empfehlen also würde ich auf jeden fall mal besuchen wenn man es antrifft und man sollte finde ich eh die geisterbahn in die wenigen die wir doch hier in deutschland haben ich meine auch die kommt ja eigentlich nicht aus deutschland sollte man finde ich schon unterstützen auf jeden fall ja dann sind wir jetzt am ende des reviews angekommen ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das haunted castle von lützchen findet und dann sollte das für heute gewesen sein in diesem sinne happy halloween und dann sehen wir uns schon bald zu einem neuen review hier bei kirmes aktuell wieder dank schön fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao macht's gut leute